servus leute willkommen zu einem neuen video von mir und zwar geht es ja in letzter zeit um das thema flair und bones mc die wollen ja irgendwie in den ring schreiben ja kurzes statement von mir dazu ich habe mich da eigentlich rausgehalten ich hab's auch wirklich so gar nicht interessiert aber ja es gibt immer wieder irgendwelche seiten über neue sticheleien da gegenseitig ja meine meinung dazu ganz ehrlich ich glaube es wird gar nicht zu einem kampf kommen die nutzen das mehr oder weniger einfach als promo vielleicht haben sie irgendwo mittlerweile übertrieben wenn sie sich ganze zeit gegenseitig beleidigen oder was weiß ich aber ganz ehrlich ich denke da wird keiner kämpfen oder sonstwas film oder so werden die das eh nicht im endeffekt kapi und samra hatten ja 50.000 euro gesetzt aber im endeffekt wird es da eh zu keinem kampf kommen meine meinung schreibt doch mal in die kommentare was eure meinung dazu ist ich denke es wird zu keinem kampf kommen ist irgendwie mehr oder weniger promo wer weiß ich meine ich glaube bei flair und farid bang oder so war es damals auch so gewesen und im endeffekt sind die jetzt ganz cool miteinander wer weiß also warten wir mal ab kann natürlich schon sein dass da irgendwas passiert aber ich denke wenn es zu einem kampf kommen sollte ich machen bei uns ist zwei meter groß natürlich hat flair seine kampferfahrung in irgendwelchen kampf sport der an irgendwelchen kampf sporttechniken aber ich denke ich meine wer 20 kilo mehr wiegt und weiß dass ich zwei meter groß ist er hat natürlich schon einige vorteile ich meine da reicht dann auch ein bisschen kampf sporterfahrung aus um da was anzurechnen also so denke ich wie gesagt ich denke es wird zu keinem kampf kommen und ja freunde also wie ihr hört habe ich ein bisschen halsschmerzen ich bin ein bisschen krank geworden das wetter ist auch echt mies draußen ja ich muss jetzt noch ein paar sachen erledigen und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video peace ein